Hallo und herzlich willkommen in der Seestadt. Hallo Holly, mein Name ist Wutschko Schüchner, ich bin Geschäftsführer von Wien Extra. Wir machen das junge Stadtprogramm von Wien. Hallo, mein Name ist Alexandra Beweis und ich freue mich ab Herbst hier die Wien Extra Stadtbox zu leiten. Die Wien Extra Stadtbox wird der Experimentierraum für junge Menschen. Hier kann man ausprobieren, wie eine Stadt funktioniert, wie Demokratie funktioniert, wie man sich einbringen kann. Dafür werden wir mit Gruppen vom Kindergarten, über die Schulen, bis zur Jugendarbeit und der Nachmittagsbetreuung hier Stadtmodelle, Stadtexperimente und Visionen entwickeln und da ganz wichtige Themen besprechen, aber auch viel Spaß haben. Genau, weil Spaß steht ganz oben bei Wien Extra auf der Tagesordnung. Und was es sonst noch bei Wien Extra gibt, in ganz Wien verteilt, kann man hier auch erfahren. Es wird Spielenachmittage geben, es wird Elternvorträge gegeben und ganz viele Dinge, die man ausprobieren kann. Alles das findet ihr auf unserer Website stadtbox.at und uns findet ihr, wenn ihr mit der U2 bis zur Endstation C stattfällt und dann einfach ein bisschen zurückgeht. Und weil nicht immer alles rund läuft, wissen wir noch nicht ganz genau, wann die Eröffnung stattfinden wird, aber im September wird sie stattfinden und wir freuen uns, euch kennenzulernen bei der Wien Extra Stadtbox. und wir freuen uns, euch kennenzulernen bei der Wien Extra.